Verliere Ansage an Ibo. Verliere Ansage an Ibo. Jusy? Ja. Ich habe eine Frage. Ja, bro. Weißt du, wen ich richtig feier? Wen denn? Ich feier Kürt Ibo voll. Was ist deine Meinung zu ihm? Kürt Ibo, ne? Ja. Ich sage dir, wie die Sache ist, bro. Das ist der... Das ist einer der besten auf TikTok. Das ist einer der besten auf TikTok. Ich liebe Kürt Ibo. Hast du gesagt, du machst auf Kürt Ibo Ansage? Nein, guck mal. Soll ich ehrlich sein? Ich habe doch eigentlich gesagt. Ey, er ist Kürt, du bist Kürt, habe ich gesagt, ne? Also egal, Geld ist wichtiger. Wallah, er hat dich verraten. Er hat dich verkauft für Geld. Für ein bisschen Geld, für ein bisschen Coins. Hat er die Ansage gesagt? Alles Mögliche. Also, Ibo ist in meinen Augen kein Mann. Er tut einen auf dies, einen auf Mafia. Jetzt mache ich die Ansage. Aus Herne, diese Jusy Mutti Reis. Mach die richtige Ansage. Geh unter Gürtelinie. Was? Gürtelinie? Übertreib komplett bei ihm. Übertreib komplett bei ihm. Äh, guck mal. Äh, du, du. Du hast doch nicht mal Zähne im Mund. Ich will dir eins sagen. Diese Zähne, was du hast, ich würde Tessby machen. Keine Zähne. Nächste, ich packe. Keine. Wer bist du? Gestern kommst du, sagst zu mir, Kürt Ibo. Ich entschuldige mich. Und heute machst du Ansage. Dafür musst du gerade stehen. Was ist da in deinen Augen? Ein Kelb. Ein Verräter. Ein Kelb? Was ist da noch? Ein Kelb, ein Verräter. Außer Verräter, was noch? Was ist der Verräter? Verräter ist... Ist er? Ey, ist dein Lärmsmann und macht Ansage an dich? Für Kreuz. Was ist er? Eine Ratte. Eine Zunratte. Eine Zunratte. Eine Zunratte. Vielen Dank.